Wir sind doch schön warm, oder? Ja, das ist halt so. Das ist schön. Ja, das ist angenehm. Ich steig mal auf. Ich steig mal auf. Genau. Ich schreibe mal auf. Das hat sich ja gewünscht. Ja. Das hat sich ja gewünscht. Was? Nein, nein, das ist zu mir jetzt. Das ist doch nicht. Ich würde auch sagen, da kann man sitzen. Oder kann man beides verwenden? Also die Scheiben hätten schon zusammengehalten, genau. Nein. Ja. Na ja, das ist vielleicht jetzt. So. Ich habe jetzt da weitergegangen. Ich stehe mal mit dem Hammer. Das ist immer besser. Ja. Ja. Nee. Wir müssen jetzt hier mühltt. Ich stehe mal. Ja. 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 Ja, ich sehe vor. Ja, ich sehe vor. Ja, ich sehe vor. Ja, ich sehe dir mal. Ja, ich sehe. Ja, ich sehe vor. Ah ja, wir werden öfter hier zurückkommen. Wie oft geht man rum mit dieser halbe Stunde? Einmal? Einmal? Die ganze Zeit so recht langsam? Ach so, nicht so wie auf der Wiesnwahl. Eine halbe Stunde eingesperrt. Da müssen wir ja stets immer die Fälle gleich machen. Dann können wir nochmal herwischen. Ja, genau. Sehr gut. Furzen und Rülpsen vom Boden. Oh, bis jetzt Peuersaugen solltet. Die sind ja so klein, die Leute. Ja gut, aber so. Ja, das reicht. Das ist auch recht so. Das ist Bescheid. Das ist ein guter Paket. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020